Südkir-Interview mit dem Trainer vom FC Bosch-Boros, Weil-Friedlinge, Falk Ziccoli. Falk, heute sind wir hier im Buch, das Spiel ist 0 zu 2 verloren gegangen. Vielleicht noch einen kurzen Satz dazu von dir als Trainer, hätte nicht sein müssen, oder? Absolut, das hätte nicht sein müssen, vor allem weil wir das Spiel jederzeit unter Kontrolle hatten. Eben bis zu diesen genannten 68. Minute hatten wir das Spiel jederzeit unter Kontrolle, konnten so das verwalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber eben was gefehlt hat, einfach die Torchancen, die wir uns herausgespielt haben, um zu münzen. Die letzte Konsequenz einfach, vor allem in der 1. Halbzeit, 2. Halbzeit habe ich nicht mehr so stark gesehen. In der 1. Halbzeit war das sehr gut, mit guten Chancen. Das ist richtig, genau. Der Fahredling Ziccoli zum Beispiel oder der Manuel Fazio, zwei sehr gute Anschlussmöglichkeiten, die musst du einfach machen und dann kriegst du auch im Buch das Genick. Gut, jetzt haben wir heute verloren. Wir gucken jetzt gemeinsam auf das nächste Wochenende, gibt es neue Chancen auch für euch, für den Aufsteiger. Fangen wir mal an, am Samstag, VfH Bad Bellinge gegen den heutigen Gegner, der SV Buch. Mein VfH Bad Bellinge kennst du, Werner Gottschling ist Trainerhunde, gegen Buch. Machen die ihre vierte Sieg in Folge, die Bucher, oder was meinst du? Also, ich habe Bad Bellinge auch, wir haben die auch schon gehabt. Ich bin der Meinung, dass die wirklich auch im Spielabbau sehr, sehr stark sind. Und ich glaube, die Bellinger machen das 4 zu 1. Okay, dann haben wir Wallbach, FC Wallbach gegen FC Erzinger. FC Wallbach hat gestern den Laufenburg verloren. FC Erzinger, ja, auswärts weiß man nicht so richtig. Ich gönne das Patrick Bayer, mein Freund, mit dem ich ja auch schon eine Lizenz, schon eine Trainerlizenz gemacht habe, einen Sieg. Der braucht das jetzt dringend. Und deswegen, ich weiß auch, dass sie eine spielstarke Mannschaft haben, tippe auf einen 3 zu 1. Dann haben wir FC Zell gegen den FC Wehr. FC Wehr, alte Verein von dir, deine Freunde. Und den FC Zell kennen schon wahrscheinlich der eine oder andere Spieler. Das ist richtig, ja. Also, wir haben auch gegen beide gespielt. Und Zell spielt zu Hause, das ist ein bisschen heimstark. Von daher würde ich sagen, Zell macht das 2-0. Entweder Michael Schwald, das ehemalige Co-Trainer von Michael Schenker, wird sicher auch ein besonderes Spiel werden. Ja, das wird auch ein besonderes Spiel, ganz genau. Dann weiter im Wiesetal, FC Schönau gegen den Aufsteiger FC Geislinge. Da tendiere ich ganz klar zu Schönau, das ist eine richtig gute Mannschaft. Und von daher, die machen es zu Hause. Ich denke mal, brauchst du ein Ergebnis? Wie du willst, Schönau wird sich 4-0 für Schönau. Gut, dann haben wir zwei Mannschaften bei dir aus der Gegend. Und Tuse Efringen-Kirche gegen SV Wehr 2. Auch so ein spannendes Spiel, zwei spielstarke Mannschaften, denke ich. Reppland-Derby, würde ich mal sagen, Efringen ist im Hintertreffen. Braucht einen dringenden Sieg, weil genau das Gleiche. Nichtsdestotrotz würde ich mal auf ein 3-2-2 tippen. Für Efringen. Genau. Dann haben wir der FH Lörrach-Bronbach 2 gegen SV Jeestet. SV Jeestet für mich ein bisschen Überraschungsmannschaft. Die spielen einen sehr guten Ball, haben ja keins verloren bis jetzt im Moment. Gut, die haben wir auch ein Spiel frei, also sie werden so bleiben. Wird sicher auch spannend in Lörrach, oder? Die Lörracher wollen ja mit allem Macht sich da oben festbeißen. Die Jeestet, wenn sie so einen guten Lauf haben, ist auch nicht zu unterschätzen. Trotz alledem tippe ich für die Brombacher 1-2-1. Gut, dann haben wir Sportvereinung Brennet-Öfflinge gegen der FC Wittlinge. Keller-Duell, der FC Wittlinge hätte sich sicher Tiziano einiges besser vorgestellt. Die Brennet da sowieso. Wird sicher ein herzliches Spiel für beide, oder? Auf jeden Fall. Aber wie ich den Tizzi kenne und jetzt auch den Trainerkollegen Urs Käser. Von daher, es wird ein ganz enges Spiel. Deswegen ein 2-1. Gut, und dann, last but not least, was lese ich hier? Bosch-Burus, FC Friedlinge, GGS von 08 Laufenburg. Das wird sicher auch ein tolles Spiel, oder? Ich freue mich auf jeden Fall auf Laufenburg. Und die Jungs freuen sich natürlich auch, weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal stattgefunden hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Eben von daher möchte ich hier keinen Tipp abgeben. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen das Spiel auf jeden Fall positiv gestalten. Okay, und ein bisschen mehr vom Platz runter trage wie heute, oder? Sowieso, ja. Gut, dann wünschen wir dir als Aufsteiger weiterhin eine erfolgreiche Saison. Ihr werdet die Kurve in den Krieg gedenken. Ich meine, ein Viertel für die Saison ist gespielt. Und ein bisschen sind wir hinter der Erwartung. Aber du hast ja vor der Saison schon gesagt, Urlaubszeit. Aber ich denke, ihr seid im Kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir machen uns da keine Gedanken. Nichtsdestotrotz müssen wir aber trotzdem schauen, weil wir einfach nicht so optimal gestartet sind, weil viele Urlauber hatten. Aber mittlerweile ist es so, dass die Mannschaft sich wiederfindet. Und das sieht man auch an dem Spielgeschehen, wie wir das eigentlich gestalten. Und auf jeden Fall, wir kriegen die Kurve. Vielleicht noch ein Satz zum Abschluss zu eurer neuen Heimat. Ihr habt ja viele, viele Jahre im Nonnenholz in Weih gespielt. Ihr spielt dann Friedlingen. Wie seid ihr aufgenommen worden im Stadtteil? Sehr, 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 sehr gut. Eigentlich, als wären wir nie weg gewesen, als wären wir immer dort gewesen. Und daher freuen wir uns eigentlich auf die neue Heimanlage. Von daher passt alles schon. Gut, Falk, dann alles Gute. Super, vielen, vielen Dank.